Einen schönen guten Morgen. Der Herr, der zuerst geklatscht hat, kriegt das Falter-Abo. Herzlichen Dank, ich habe ein bisschen einen Heil drauf, wenn man den ein bisschen zurücknehmen könnte. Einen wunderschönen guten Morgen, kann man glaube ich noch sagen, oder einen schönen guten Vormittag. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin der Chefredakteur des Falter und habe die große Ehre für dieses sehr außerordentliche Festival, das dieser Tage in Wien stattfindet und das die wirklichen Größen, intellektuelle Größen in die Stadt bringt und zu Gesprächen bringt, diesen Vormittag moderieren zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Oliver Nachtwey. Oliver Nachtwey ist 1975 geboren und ist Professor für Sozialstrukturanalyse. Soziologie reicht auch. Soziologie. Er ist Soziologe, er ist aber studierter Ökonom, Volkswirtschaftler und hat in den letzten Jahren zwei der wichtigsten Bücher geschrieben, die man eigentlich kennen und lesen muss. Ein Buch über die sogenannte Abstiegsgesellschaft, für das er mehrfach ausgezeichnet wurde. Und er hat kürzlich das Buch Gekränkte Freiheit vorgelegt über die Generation der Corona-Maßnahmen-Kritiker oder über die Gruppe der Corona-Maßnahmen-Kritiker und die Frage, hören Sie mich nicht? Nicht gut? Wer hört mich nicht? Bitte heben Sie die Hand. Okay, das ist zu viel, da müssen wir was mit dem Ton machen. So, jetzt besser? So, soll ich nochmal anfangen? Ich wiederhole einen letzten Satz. Also Professor Nachtwey hat das Buch Gekränkte Freiheit soeben vorgelegt. Das ist, ich glaube, ein Bestseller oder zumindest, weil es einen sehr, sehr wichtigen Nerv trifft, nämlich die Frage, wer hat damals gegen die Corona-Maßnahmen protestiert und wie haben sich linke und rechte Milieus verschoben in ihrem Denken, in ihrem Verständnis gegenüber dem Staat, in ihrem Verständnis darüber, was Freiheit ist und wogegen man protestieren muss. Darüber werden wir heute am Rande sprechen. Das eigentliche Thema, über das wir heute reden, ist der Angriff auf den Linksliberalismus, auf das, was wir vielleicht die liberale Demokratie nennen, die liberale, linke, politische Einstellung, die uns alle sehr geprägt hat in den letzten Jahrzehnten und die unter die Räder kommt und zwar nicht nur, wenn ich sie richtig verstanden habe, von Seiten rechter Demagogen, sondern auch von Seiten jener, die sich eigentlich früher als Links verortet haben. Herr Professor, beginnen wir vielleicht, vielleicht darf ich noch vorweg schicken, Oliver Nachtwey ist nicht nur ein glänzender Theoretiker, er ist auch ein wunderbar streitbarer Publizist, er hat publiziert immer wieder in der Zeit, in der FAZ und er ist auch ein sehr schlagfertiger Twitterer und wir haben heute entschieden, dass wir eher die Rolle des streitbaren Politpublizisten und nicht des Professors auf der Bühne sind. Steigen wir vielleicht ganz niederschwellig ein, dieser Linksliberalismus, der da unter die Räder kommt, was ist das eigentlich? Wovon reden wir da? Ich glaube, da... Ganz schlecht, ja. Habt ihr vielleicht ein Handmikro? Ist das gescheiter oder sind das die Boxen? Ja, sonst nehme ich eine Gurke in die Hand. Ja, das Schöne wie bei all diesen streitbaren Sachen ist, so richtig gibt es den Linksliberalismus gar nicht. Unter dem Linksliberalismus werden ganz unterschiedliche Sachen zusammengefasst. Da werden bestimmte Aspekte der Diversitätspolitik mit behandelt, also Gendersprache, Gleichstellung nicht nur von Geschlechtern, sondern auch Berücksichtigung der ethnischen Herkunft, einfach generell Rücksichtnahme auf die Vielfalt. Das wäre dann der Linksliberalismus, aber darunter werden eben auch eher linksradikale feministische Bewegungen gefasst. Im Grunde werden darunter mittlerweile alle Bewegungen gefasst, die sich für eine bestimmte sprachliche Anpassung interessieren und die generell für Gleichberechtigung zwischen unterschiedlichen Gruppen sind. Das ist das Abstrakte da drin, so kann man das fassen. Aber der Linksliberalismus ist vor allen Dingen eine Projektion. Hier in Österreich ist das vielleicht anders, da kenne ich mich mit den Grünen nicht so aus, da gibt es ja auch die Neos und so, oder gab. Aber in Deutschland sind Annalena Baerbock und Robert Habeck vielleicht die Linksliberalen schlechthin. Und der Vorwurf, der ihnen meist gemacht wird, und das ist das, wo es dann wirklich anfängt, so leicht verrückt zu werden, ist, dass sie sich dann nur noch für Diversität und Genderangleichung interessieren, aber nicht mehr für das soziale und für Klassenpolitik, für Arbeiterinnen. Was nicht ganz falsch ist, aber interessanterweise kommt dieser Vorwurf immer von rechts und auch von Liberalen. Also zum Beispiel Ulf Poschert, der Chefredakteur der Welt, ist ein ganz starker Vertreter der Linksliberalismuskritik und kokettiert jetzt immer damit, dass er dann jetzt auch eine Art Marxist sei. Und man kommt aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr raus, wenn man weiß, dass das einfach ein begeisterter Porsche-Fahrer ist. Wenn ich das ein bisschen runterbrechen darf, wenn ich, weil Sie sagen, die gerechte Sprache, also wenn ich die Kritik zusammenfassen würde, wäre die Kritik, die Linke beschäftigt sich zu wenig damit, ob Kinder überhaupt schreiben lernen, sondern dass sie korrekt schreiben lernen. Ist das so die, sozusagen, das wäre jetzt so der Strom, an dem man aufbauen würde. Es geht weniger um Sozialpolitik, sondern um die Frage, wie verhalte ich mich in der Öffentlichkeit richtig? Habe ich Sie richtig verstanden? Ja, das ist der Vorwurf. Und es gibt auch viele Beispiele für diesen Vorwurf. Also wie bei allen Debatten, die einen umtreiben, wo man denkt, das ist jetzt auch ein bisschen verrückt, was hier diskutiert wird. Das findet man in der Realität. Also wir Soziologen beschäftigen uns ja mal mit einem Begriff der Ideologie oder der Anti-Ideologie. Und jede Ideologie, die hat da auch ein Realitätsangebot. Das funktioniert nicht, wenn es nicht komplett ausgedacht ist. Selbst die meisten Verschwörungstheorien haben irgendwo einen klitzekleinen Bezug zur Realität, in der dann eine große Fabulation aufgebaut wird. Aber jetzt zu sagen, den Linken geht es nur um die Sprachpolitik, also die Universitäten, wir werden ja immer als die Horte der Sprachpolitik ausergeben. Und ja, bei uns an der Universität Basel gibt es jetzt auch einen Leitfaden mit Empfehlungen, wie wir sprechen sollten. Oder wie wir Rücksicht nehmen sollten. Aber erstmal ist das nicht verbindlich. Die meisten Leute kennen das gar nicht. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die meiste Zeit verbringen wir erstmal natürlich mit der Lehre und der Forschung. Aber wenn wir uns um diese Fragen Gedanken machen, dann machen wir uns darum Gedanken, dass in unserer Fakultät, also nicht in unserer Fakultät, aber in unserer Universität so viele Professoren beschäftigt sind, und zwar männliche Professoren, dass wenn wir die nächsten 25 Jahre ausschließlich nur Frauen berufen würden, keinen einzigen Mann, dann kämen wir auf ungefähr 50, auf ein Verhältnis von 50-50. So ist das Verhältnis. Und dass das natürlich auch ein paar Leute umtreibt, wenn diese Verhältnisse sind, wo wir mehr weibliche Studierende haben als männliche, das leuchtet mir total ein. Und wenn das linksliberalismus ist, ich bin gar kein linksliberaler, ich bin ein alter Marxist, aber dann bin ich gerne linksliberal, weil diese Gleichstellung gehört auch zu einem Universalismus dazu. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist unter diesem angegriffenen linksliberalismus, der mit dem Wort, Sie haben das als Headline in der Zeit verwendet, mit dem Wort würg, sozusagen verspottet wird, eine Projektion erworfen einer fast schon missionarischen Bewegung, die uns in allen Lebensbereichen neu formatieren und neu kontrollieren und von der korrekten Mahlzeit bis zur korrekten Toilette alles vorschreiben will. Das ist die Angst, wenn ich Sie richtig verstehe, die gerade rechte, aber auch linke Akteure in Deutschland vereint. Ja, und wie ich gerade gesagt habe, also das Problem ist wirklich, die Angst ist nicht so ganz unberechtigt. Also erstmal, ich gehe damit ja offen um, also in meiner Wissenschaft sozusagen habe ich eine andere Position und da stelle ich meine politische Haltung auch zurück in der Analyse. Aber wenn ich jetzt mich als politischen Mensch betrachte, dann sage ich, und der aus der Linken kommt, da ist es nicht immer schön und da geht es auch nicht immer so sympathisch zu wie die Linke, dass ich von sich selbst gerne hätte. Zum Beispiel, haben Sie ein paar Beispiele? Studienbeginn. Ich komme vom Dorf. Ich komme vom Dorf aus dem Ruhrgebiet und ich bin jetzt schon 48, deshalb gehe ich mal gerne auf Gewerkschaftsveranstaltungen, da bin ich immer noch einer der Jüngsten. Wenn ich jetzt bei der Klimabewegung bin, dann bin ich einer der Ältesten, dann bin ich ja nicht so viel, aber ich komme so vom Ruhrgebiet und ich sage mal, meine Familie ist so eine, der Großvater war noch Fabrikarbeiter, die Eltern waren dann schon so ein bisschen aufgestiegen, aber das war noch so robust und bei unserer Familie hieß dann der Schaumkuss damals auch noch anders und da musste man sich auch erst mal dran gewöhnen, aber das war schon so Sozialkatholizismus, also man war durchaus empathisch. Und dann bin ich an die Uni Hamburg gekommen und ich war sehr politisiert damals schon und wollte was machen und wollte ein Flugblatt gegen Studiengebühren schreiben. Ich bin dann in den AStA gegangen, das ist die Studienvertretung der Studierenden und habe gesagt, Leute, ich möchte mich engagieren, kann ich was machen? Da habe ich gesagt, ja, setzen Sie sich an den Computer und ich habe keine fünf Minuten am Computer gesessen. Das war die erste Aktion der ersten Studierendenwoche, tippt mich mal auf die Schulter und sagt, du genderst nicht. Und ich so, was? Du genderst nicht. Und ich wusste nicht, was gendern ist. Und dann, ja, da war ich dann natürlich etwas unangenehm berührt und wurde dann auch zurechtgewiesen. Ist das dann so eine Art Dieter-Muhr-Moment, oder? Wo man, wenn man sich jetzt unterschiedezieht, so einen Moment kriegt und sagt, du weißt für mich zurecht? Ja, das ist ein Moment, wo man sagt, also Dieter-Muhr-Moment ist natürlich ja, also der Dieter-Muhr-Moment wäre dann gewesen, wenn ich mich seitdem immer nur noch mit dem Gendern beschäftigt hätte und erklärt hätte, warum die spinnen. Ich finde das dann auch manchmal in der Praxis nicht so schön und ich kann aber auch nachher nochmal sagen, woher das vielleicht ein bisschen kommt, soziologisch. Aber das gibt es. Es gibt diesen leicht rügenden Ton. Das Gespräch, wie gesagt, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da war auch ab und zu mal Fleisch auf dem Teller. Und wir hatten früher den Witz in meinem politischen Zusammenhängen, woran erkennst du einen Vegetarier? Er sagt es dir. Also das war immer sehr offensiv und es war immer sehr, es war immer damit verbunden, dass der, der dann kein Vegetarier war, in eine Rechtfertigungsposition kommen muss. Irgendwo habe ich den Begriff gelesen, der sogenannten Zurechtweisungsgesellschaft. Würden Sie das so empfinden? Ich würde sagen, so ist das nicht. Das ist, wenn man das finden möchte. In der Soziologie haben wir immer eine Metapher. Wer nur einen Hammer hat, der findet auch immer nur Nägel. Und das heißt, es bei einigen Leuten, und das ist so dieses Dieter-Nur-Moment, also ich weiß nicht, ob Sie den kennen, bekannter deutscher Kabarettist. Ich fand den früher auch ehrlicherweise ganz lustig. Es fällt mir zusehend schwer, weil der nicht mal einen Witz über Greta Thunberg macht oder auch zwei, sondern eigentlich nur noch Witze darüber macht. Und diese Obsession ist das Problem dann da drin. Ich finde, wir sollten alle übereinander lachen und wir sollten auch mehr in der Linken über uns lachen. Da ist auch eine gewisse Humorlosigkeit im Linksliberalismus. Da ist sozusagen so ein heiliger Ernst. Und da sage ich mal, das war immer mein Problem, weil im Linksliberalismus ist mal so ein bisschen die Note, wenn du dein persönliches Leben änderst, wenn du nicht ökologisch kleidest, richtig sprichst und im Bioladen einkaufst, deine Körner selber malst, kein Fleisch isst, mit dem Lastenfahrer hast, dann ist die Gesellschaft eigentlich okay. Und als Österreicher würde ich sagen, das hat eigentlich was sehr Katholisches, oder? Naja, ich bin ja ein deutscher Katholik und bei mir war eigentlich eher immer am Wochenende Sahnetorte und Schnaps und dann haben wir ordentlich gesündigt und danach haben wir gebeichtet und dann ging es weiter. Also ich würde eher sagen protestantisch aus der deutschen Sicht, aber vielleicht habt ihr einen anderen Katholizismus hier. Also ich fand den deutschen Katholizismus eher immer wirklich so, da durfte man mal zu lang und sich nicht allzu lange schämen. Die Protestanten haben immer diese ganze Last der Welt auf das individuelle Leben gebracht. Also die alten Protestanten, die haben ja noch wirklich so eine Art Sündentagebuch geschrieben. Und so, sage ich mal, sind dann ein bisschen auch die Linksliberalen, wenn man das jetzt ein bisschen arg gemeint, aber da werden die individuellen Sünden. Und für mich war dann immer so eher der Ansatz, ja, aber es gibt eben auch bestimmte Leute, zum Beispiel Arbeiterinnen und Arbeiter, die haben nicht immer so die Wahlen in den Bioladen zu gehen, einfach weil das Einkommen nicht hoch genug ist. Oder weil man auch nicht genug Freizeitreserven hat, wenn man im Zwei- oder Dreischichtbetrieb in der Fabrik arbeitet, da ist man vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr müde und geht dann nicht samstags in den Bioladen. Und meine Position war immer, wir müssen eine Gesellschaft aufbauen, wo alle Menschen mehr Freizeit haben, mehr Einkommen haben. Und in diesem Prozess sollten wir auch mit der Natur besser umgehen und können auch nachhaltiger leben. Man muss mich richtig verstehen, die Lage des Menschenbessern, aber nicht den Menschenbessern. Habe ich das richtig verstanden? Naja, ich glaube, dieser Brechtssatz, er ist so angestaupfen, wird viel zu viel gebraucht, aber dieses erst kommt das Fressen, dann die Moral, so würde ich das nicht sagen. Aber ich würde immer sagen, wir brauchen auch die Ressourcen und die Möglichkeiten im Alltag, darüber zu reflektieren. Machen wir mal eine kurze gedankliche Pause, um das zusammenzufassen. Wir haben es mit einer linken Bewegung zu tun, die durchaus wohlmeinende, wichtige Forderungen stellt. Mehr Rücksichtnahme, mehr Respekt, mehr Öffnung, mehr Diversität, mehr Einbildung von Menschen. Und weil manche diese sozusagen Mission missionarisch betreiben, stoßen sie auf Kritik, auch aus dem linken Milieu, aus denen, die sozusagen das Linke eigentlich, sagen wir, sind eigentlich die richtigen Linken. Aber was bedeutet das jetzt sozusagen politisch? Wenn ich mir die Kampagnen der AfD in Deutschland anschaue, wenn ich mir den Aufstieg der FPÖ in Österreich ansehe, habe ich das Gefühl, dass sich rechte Parteien genau da draufsetzen, dass auf einmal bei Dieter nur ein Publikum sitzt, das möglicherweise zur AfD tendiert, zur FPÖ tendiert. Ist das eine Gefahr? Ja, das ist eine Gefahr. Und da sehe ich auch ein neues politisches Lager. Man muss dazu sagen, was wir jetzt hier besprechen, das ist eigentlich ein altes Thema. Also es gibt schon in Deutschland von Klaus Bittermann, das wird man hier wahrscheinlich kennen, aber es gibt ein Wörterbuch des Gutmenschen. Das ist aus den 90er Jahren. Und das ist immer die Frage von Lebenspolitik und Gesellschaftsveränderung. Und nur einen Satz zuvor, dann antworte ich auch wirklich auf Ihre Frage. Aber ich habe ganz häufig auch Verständnis für diese Bewegung, weil es werden so viele Sachen zusammengemischt von Ihren Gegnern. Von der Kritiker meine ich zu sagen. Nein, nein, für die Linksliberalen. Aber wenn man sich zum Beispiel vorstellt, ich lebe jetzt seit sechs Jahren in der Schweiz und da gibt es einen Frauenstreik, der ist sehr massiv und der ist wirklich auch sehr beeindruckend. Und das wird dann auch mal so als Linksliberalismus geframed. Und da denke ich mir so, Leute, dass ihr euch nicht wundert, dass ihr in der Schweiz immer noch eine wütende Frauenbewegung habt, wo das Frauenwahlrecht erst 1971 eingeführt wurde. 1971 und in Appenzell Innerhoden erst 1990 eingeführt wurde. Also das kommt einem im Jahre 2023 wirklich so etwas von Antiquierten aus der Zeit gefallen vor. Und es gibt da zum Beispiel keinen richtigen Mutterschaftsurlaub, keinen Vaterschaft, also die Möglichkeit von der Familie was zu machen. Dass diese Themen da sind, das ist eben nicht nur Ideologie, Sprache, sondern das hat ganz reelle materielle Grundlagen. Ich finde, das muss man immer noch einmal festhalten, wenn man sich dann auch mit diesen Problemen beschäftigt. Und jetzt kommen wir zu Ihrer Frage. Das war schon immer auch ein Thema der Rechten. Das klassische Thema der Rechten ist natürlich der Rassismus. Aber dass Rechte ein bestimmtes Familienbild haben, eine bestimmte Vorstellung von der geschlechtlichen Arbeitsteilung. Kurz gesagt, die Frau soll am besten zu Hause bleiben, die Kinder kriegen, der Mann soll arbeiten gehen. Das ist alles nicht neu. Was das Ganze aber jetzt so gefährlich macht, ist, dass da eine neue Allianz entsteht. Und dass, wenn Sie die Augen schließen in Deutschland und jetzt, was heißt die Augen schließen, oder wenn Sie die Autoren mal wegstreichen würden und sich dann die Aussagen anschauen würden, dann könnten Sie manchmal die Aussagen von Alice Weidel, Sarah Wagenknecht oder Dieter Nuhr, da gibt es auch ein paar Schriftstellerinnen dabei, nicht so richtig unterscheiden. Und das heißt, das ist diese Dynamik, die das so wahnsinnig aufgeladen macht, dass es nämlich jetzt linke Kritiker dieser Identitätspolitik gibt, die einen legitimen Punkt haben oder einen richtigen Punkt in ihrer Kritik darin haben, aber die so obsessiv, die so beständig damit beschäftigt sind und auch so hart damit umgehen, indem sie nämlich dann die Identität, den Linksliberalismus als, das sind die neuen Rechten, das ist anti-aufklärisch sind, im Grunde eine diskursive Allianz mit den Rechten machen. Und wir kennen das aus der Forschung eigentlich ganz gut, dass wenn man, und das ist jetzt auch, sag ich mal, gar nicht so viel überraschend ist, da hat die Forschung, sag ich mal, auch ein bisschen den Alltagsverstand nur bestätigt, nämlich, wenn man die Themen der Rechten in einer rechten Perspektive diskursiv bedient, nützt es am Ende den Rechten. Wie kommt man aus dieser Fall heraus, wenn ich sozusagen als Medienmensch, als jemand, der den Strukturwandel der Medien die letzten 25 Jahre sozusagen am Job beobachtet habe, würde ich sagen, einen sehr großen Anteil daran spielen soziale Medien, spielt die Vereinzelung der Leute, die nicht mehr sozusagen vor dem Lagerfeuer einer Tagesschau sitzen oder einer Zeit im Bild und eine gemeinsame Zeitung lesen, sondern sich in verschiedenen, das ist jetzt eine Binse, die ich da erzähle, aber sich sozusagen in verschiedenen Echo und Filterkammern sehen, die algorithmisch genau diese Emotionen steuern. Ist das auch ein Medienproblem? Haben wir es da mit einer, mit einer, auch einer Medien, Strukturkrise der Medien zu tun? Dass sich Leute so festhaken, das könnte ja auch den Eindruck haben, dass sie sich den ganzen Tag medial auf ihrem Handy mit nichts anderem mehr beschäftigen. Ja, also ist ein Medienproblem, beziehungsweise ist es ein Resultat des Medienwandels. Und auch hier würde ich erstmal immer schauen, was hat sich denn verändert? Also jetzt haben wir hier zwei Männer auf dem Podium sitzen, die dann auch noch sagen, ich bin irgendwie links oder linksliberal. Aber wenn wir, sag ich mal, die Medienpositionen oder die öffentlichen Positionen der letzten 30, 40 Jahre anschauen, dann gibt es eben sehr privilegierte Positionen im Mediengeschäft und weniger privilegierte Positionen, beziehungsweise Personen, die vorher gar keine Sprecherpositionen hatten. Vor allen Dingen junge weibliche Migrantinnen, die hatten relativ starke Schwierigkeiten, sich überhaupt öffentlich zu äußern und überhaupt eine Stimme zu finden. Und jetzt haben wir das interessante Phänomen durch Twitter, da haben wir eine unfassbare Demokratisierung der Öffentlichkeit. Das heißt, vorher waren sehr, sehr viele Positionen, Chefredakteure, Professoren, Moderatoren waren meistens eben durch bestimmte Positionen besetzt und da gibt es eben bestimmte Selektionskriterien und die haben auch sehr viel der alten Gesellschaft reproduziert. Und da waren dann auch Linke auf diesen Positionen, aber die haben sich natürlich auch wohlgefühlt, oben angekommen zu sein. Und jeder Akademiker würde natürlich dann lügen, wenn er nicht sagen würde, es ist schön, wenn mir viele Leute zuhören müssen im Seminar. Und jetzt könnte man sagen, jetzt haben sie sozusagen jene eine Stimme, die früher keine hatten oder konnten ihre Stimmen verschlagen. Umgekehrt kann man auch sagen, jeder Wutbürger, der in der Unterhose am Abend halb betrunken und vor Twitter sitzt, kann auch hineinböbeln. Ja genau, das sind die Unterschiede oder die verschiedenen Momente. Am Anfang haben wir bei Twitter, da haben sehr viele gedacht, oh, jetzt können auch die jungen Migrantinnen da rein und in Deutschland gibt es teilweise sehr, sehr große Accounts, die unglaublich schlagfertig sind und die den anderen sozusagen am Nasenring durch die öffentliche digitale Manege da ziehen. Wie ist Ihnen das schon mal passiert? Mir ist das von denen noch nicht passiert. Ich komme gerade von den rechten Accounts relativ stark unter Druck. Macht das was mit Ihnen als Wissenschaftler? Haben Sie das Gefühl, Sie können sich über gewisse Dinge nicht mehr äußern? Gibt es dann sozusagen das, was Dieter Moore thematisiert? Fühlen Sie sich dann gecancelt? Nein. Aber ich bin ja auch tatsächlich genau die unwahrscheinliche Cancel-Person. Also ich bin Linker, als Linker, also erstmal, oder anders muss ich sagen, wenn jetzt immer alle darüber jammern, oh, ich werde gecancelt und an der Uni mir wird widersprochen und so, dann denke ich immer so, Leute, ehrlicherweise, wenn man versucht, als jemand, der relativ offen links auftritt oder auch marxistisch schreibt, an der Universität auf eine Professur zu kommen, das ist unser Alltag gewesen. Also es gibt in den 90er Jahren mehrere Fälle, wo Leute, die schon einen Ruf hatten, also sagen, die schon die Professur versprochen hatten, dann in letzter Minute gecancelt worden sind. Also für linke oder für kritisch denkende Leute ist, sag ich mal, ist solch eine gewisse Unsicherheit ganz normal. Wobei die Kritik sich ja nicht darauf bezieht, dass jemand widerspricht, sondern dass die Institution, die dahinter steht, dann auf diesen Widerspruch dahingehend reagiert, dass sie gewisse Veranstaltungen vielleicht nicht stattfinden lässt. Aber der einzige Fall von Cancel Culture an der Universität Basel, wenn man das so nennen möchte, war eine Dozentin, Franziska Schutzbach, die gerade einen wunderbaren Bestseller der Erschöpfung der Frauen geschrieben hat, die einmal in einem Blog, in einem Nebensatz etwas Hässiges über die SVP gesagt hat und daraufhin hat sie einen Lehrauftrag verloren. Also in der Schweiz ist es nicht so, dass die Rechten, als müsste an der Uni Basel das verlieren, sondern da wurde eine Linke gecancelt. Das existiert für alle und mich stresst das nicht. Mich stresst es eher, wenn ich in Streit mit geschätzten Kollegen oder Freunden komme, was dann auch mal passieren kann. Also es ist nicht so, dass ich nicht abends auch mal sage, jetzt mache ich mal Twitter aus, aber da bin ich eigentlich relativ robust. Ich verstehe aber gerade die Leute, die das manchmal anrührt und die davon auch genervt sind und gerade als vor allen Dingen weibliche Person, die in der Öffentlichkeit steht, hat man es gerade ganz schön schwer teilweise. Haben Sie das Gefühl, dass es insgesamt auch die Art, wie Wissenschaft kommuniziert, verändert? Dass man vielleicht zu schnell, zu sofortistisch würde Bernhard Bergson sagen, einen sogenannten Take raushaut, dass man etwas unreflektiertes twittert, das gescreenshotet wird und Ihnen dann vorgehalten wird? Kann das sozusagen auch Ihre Reflexion beeinträchtigen? Ja, also ich habe mir für mich, also es gibt so ein paar Leute, die triggern mich wahnsinnig. Und also der Chefredakteur der Welt ist das zum Beispiel und sagen, er hat sich mittlerweile ja schon darüber beschwert, wenn Sie überhaupt wo auftreten. Ja, also er hat wirklich eine totale Obsession mit mir, also sagen, er twittert so alle drei Wochen dann über mich und dann bin ich da immer der Elfenbeinturm und dann denke ich immer so, also für jemanden, der jetzt sein Leben lang in den Gewerkschaften unterwegs war und sehr viele Bildungsveranstaltungen gemacht hat, ist das ein bisschen komisch. Aber ich habe mir einfach gesagt, ich antworte nicht da drauf oder nur ganz, ganz selten und mache es dann erst am nächsten Tag. Das schaffe ich für mich, mich zurückzuhalten, aber es ist nicht einfach. Aber das ist ja eine völlige Veränderung dessen, was wir vielleicht noch vor 10, 15 Jahren erlebt haben. Vor 10, 15 Jahren wäre Ihnen wahrscheinlich Ulf Boschert völlig egal gewesen. Der hätte in der SZ oder in der Welt seine Artikel geschrieben, Sie hätten das gelesen und in der Arbeit geschrieben. Heute beschäftigt Sie das sozusagen? Als Wiener kennen Sie ja sicher Freud ganz gut und sozusagen der Narzissmus der kleinen Differenz im Wissenschaftsbetrieb ist so erheblich. Also wenn Sie Briefwechsel von bekannten Wissenschaftlern untereinander anschauen, also wenn Sie sich alleine die Korrespondenz von Horkheimer und Adorno anschauen, wie hessig die über ihre liebsten Kollegen gesprochen haben, wie die Leute aus dem Institut rausgemacht haben. Ich glaube, das war schon immer alles da. Aber die Briefe waren nicht öffentlich, die Briefe waren Briefe und wurden nicht zusammengefasst. Jetzt haben wir nur eine Plattform, wo man das allen zeigen kann. Beschädigt das insgesamt das Vertrauen nicht nur in die Medien, sondern auch in die Wissenschaft? Sie sehen schon, ich möchte langsam in Ihr Buch der gekränkten Freiheit kommen. Beschädigt das insgesamt das Vertrauen, dass man sieht, da prügeln sich die Wissenschaftler, da prügeln sich die Journalisten, da prügeln sich nicht mehr nur die Politiker, sondern hier wird sozusagen ein Schauspiel gemacht, das die Leute insgesamt dazu führt, sich abzuwenden und sich anderen Echokammern zuzuführen? Naja, also ich finde, man muss schon mit seinen Rollen da offen umgehen. Also zum Beispiel bei mir steht in meinem Twitter-Account mit Absicht nicht Professor an der Universität Basel und es gibt auch keinen Link dazu. Damit mache ich klar, also man weiß, dass ich dann als Soziologe oder Leute könnten wissen, dass ich Soziologe bin und auch eine Professur habe, aber ich trete da jetzt als private Person mehr oder weniger auf und ich finde, das muss auch legitim sein, dass man das macht. Sobald ich aber über Wissenschaft rede, da wechsle ich dann auch in einen anderen Modus dann da drin. Ob es die Wissenschaft beschädigt, das würde ich jetzt unbedingt gar nicht sagen, weil die meisten Wissenschaftler, die meisten Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, schaffen das eigentlich ganz gut damit umzugehen, die haben häufig eher nur die Schwierigkeiten, die Schwierigkeiten gab es früher auch, aber sie sind jetzt nochmal öffentlicher, dass sie ihre Expertise veröffentlichen und dass dann aber in der Öffentlichkeit, also auch gerade von der Politik das andere Feld, so abschätzig und indifferent mit ihrer Expertise umgegangen wird, dass das am Ende die Wissenschaft beschädigt. Ich will Ihnen nur ein ganz kleines Beispiel geben, wenn Sie jetzt diese Woche die Zeit kaufen, große Studie von Kollegen Steffen Maudrin, ist ein Kollege von der Humboldt-Universität Berlin, er hat die deutsche Bevölkerung befragt und hat ein Ergebnis, er sagt, es ist viel weniger polarisiert, als wir denken. Und das ist empirisch, es ist viel weniger polarisiert. Gesellschaft. Man ist sich viel einiger, also er sagt im Grunde, die Mehrheit der Deutschen, ich glaube 84 Prozent, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sagt, wenn homosexuelle Paare heiraten wollen, lass sie doch. Und wenn ich dann meinen Vater früher denke, das wäre nicht früher, lass ihn doch gewesen. Also der hatte schon Stress, wenn er jemanden Ohring rechts drin hatte. Und da hat sich wirklich viel verändert. Und das ist das, was er empirisch zeigt. Und er sagt dann aber, wenn er da mit der Politik spricht, sie hören sich das an und dann drehen sie sich aber um und sagen, unsere Gesellschaft ist so polarisiert. Die Linksliberalen machen alles kaputt. Und da sehe ich die Beschädigung der Wissenschaft, dass die anderen Akteure da drum und leider dann auch die Medien und sagen, ich verfolge den Falter und schätze den sehr und sehe das beim Falter jetzt nicht so, aber ich sehe häufig auch das Problem der Medien, dass sie so stark auf die Klicks aus sind, dass sie selbst immer nur die radikalisierte, die pointierteste Meinung präsentieren wollen und müssen aus dieser Logik und Wettbewerb. Und dass dann eine Position, die etwas zurückhaltender, etwas differenzierter kommt, dass die dann häufig gar nicht durchdringt. Kommen wir zu Ihrem Buch, Gekränkte Freiheit. Das spielt ja sozusagen ein bisschen mit hinein in diesem Vertrauensverlust gegenüber Eliten unter Anführungszeichen. Sie haben nicht nur theoretisch, sondern auch empirisch sich die sozusagen ins Feld begeben, wie man das in der Soziologie so schön nennt und haben diese Gruppe der Maßnahmenkritikerinnen und Kritiker untersucht. Es ist ein bisschen ein Bias drinnen, haben Sie in dem Buch erzählt, weil wahrscheinlich mehr linksliberale Maßnahmenkritiker sich zu Wort melden, das schicken wir voraus. Aber Sie haben dort etwas sehr Interessantes entdeckt, dass Sie, wenn Sie es wahrscheinlich in einen Tweet geschrieben hätten, dafür wären Sie wahrscheinlich verprügelt worden, dass sich dort sehr viele normale Menschen oder die, die man als nicht rechtsradikal taxiert hätte, auf einmal finden in Demonstrationen und in Verschwörungserzählungen gegenüber den Eliten. Wie ist es dazu gekommen? Ja, als die Corona-Proteste begannen, gab es die Demonstrationen, es gab diesen Versuch des Sturms auf den Reichstags und das hat natürlich auch teilweise so einen Verkleidungsaspekt und das war schon eine Demonstration, einen Großteil meiner Forschung verbringe ich auch tatsächlich damit, mir Demonstrationen auch anzuschauen. Ich habe auch die Occupy-Bewegung relativ gut beobachtet und ich habe da auch die Stirn gerunzelt und habe mich gefragt, was ist das? Und dann gab es aber sehr viele, auch Wissenschaftler, die gesagt haben, ja, das ist eigentlich eine rechte Bewegung. Und dann habe ich mal gesagt, naja, ich weiß ja, dass die Nazis, die früher bei mir auf dem Dorf, die sahen wirklich aus wie Nazis, halt so Glatze, Springerstiefel, ein bisschen dumm, heute sehen sie ja nicht mehr so aus. Aber dann habe ich gesagt, ja, trotzdem sehen die nicht wie Nazis aus. Und das hat mich dann einfach mal interessiert und dann haben wir erstmal eine etwas größere Umfrage gemacht, sind zu den Demonstrationen hingegangen und das Ergebnis war erstmal, die meisten Leute waren erstmal keine Rechten, sondern das waren Leute, die aus der alten Friedensbewegung kamen, aus der Ökologiebewegung und die erstmal... Auch aus der Flüchtlingsbewegung, wenn ich sie rede. Ja, ja, ja. Und die, die erstmal eine Kritik an diesen Maßnahmen hatten. Also die klassische linke Position, mal den Staat zu kritisieren oder die Exekutive zu kritisieren. Die hatten eine, wir würden das mal Herrschaftskritik nennen, eine Kritik am Staaten, an der Regierung, was mir jetzt erstmal vom Prinzip her nicht unsympathisch ist. Und es waren natürlich auch drastische Maßnahmen, die erstmal der Lockdown, die Leute zu Hause mehr oder weniger einzusperren, eine Maskenpflicht, also das waren in Österreich kurzzeitige reale Impfpflicht, also alles Maßnahmen, die wirklich in die private Autonomie massiv eingegriffen haben. Was aber das Problematische war, und hier gibt es recht mal ein bisschen die Beziehung zu dem, worüber wir vorher gesprochen haben, nämlich den Kritikern des Linksliberalismus. Aus erstmal einer Kritik, wo ich sagen würde, das ist eine, unabhängig davon, ob man sie teilt oder nicht, aber das ist eine legitime Kritik, die man üben können sollte oder dürfte, entsteht eine Obsession. Und entsteht eine Obsession und eine Art Drift. Und die Leute, die auf diesen Demonstrationen waren, die waren zum Beispiel nicht rassistisch, die waren nicht autoritär. Wenn es darum ging, sollte man Kinder autoritär erziehen, darf man sie schlagen, waren die absolut gegen. Da möchte ich gerne einhacken, wieso entsteht diese Obsession? Das ist doch etwas, das wir, sozusagen die in den 70er Jahren Geborenen, gerade nicht mehr Boomer, in dieser Form eigentlich noch nicht erlebt haben oder wenn, dann in religiösen Erweckungsbewegungen erlebt haben oder vielleicht in islamistischen Bewegungen erlebt haben, aber im grünen Milieu, im alternativen Milieu, im friedensbewegten Milieu hat es doch diese Form von Obsession eigentlich schon seit 30, 40 Jahren in der Öffentlichkeit nicht gegeben, oder? Wieso entsteht das? Ist das der falsche Umgang mit sozialen Medien, dass sie ständig hochpushen? Also ich, das ist jetzt ein bisschen gewagt, was ich sage, aber ich glaube, die Obsession hat sehr viel mit 1968 zu tun. Nämlich, wenn man möchte, 1968 war kurzzeitig die Hoffnung da und ein Aufbruch da, die Gesellschaft als Ganzes zu verändern. Welche Form es dann annehmen sollte, sei nochmal dahingestellt. Aber es war die Idee von einer Revolutionierung der Gesellschaft und das hat auch etwas mit einer politischen Praxis zu tun. Nachdem er bei 1968 dann eben dieses Ergebnis nicht gebracht hat, sind nur noch Schrumpfformen davon übrig geblieben und eine Schrumpfform ist dann zum Beispiel wie geschlechtergerechte Sprache. Aber vor allen Dingen ist dann etwas gestehen, dass man sich statt die Gesellschaft zu revolutionieren, sich selbst revolutioniert hat und dann im Grunde eine stärkere Körperpolitik, eine stärkere Individualpolitik des Fortschritts gemacht hat. In diesem langen Bogen, aber da drin ist tatsächlich so etwas wie eine, überhaupt eine Gesellschaftserklärung mit einer Zukunftserzählung verloren gegangen. Was die Leute halt gespürt haben da drin war, hier kommt der Staat und ich sage mal, die 68er, da gab es ja noch viele marxistische Einflüsse, da hätte man auch durchaus, sage ich mal, theoretisch fundierte Erklärungen oder kollektive Erklärungen verbringen können. Aber hier war es ein unfassbarer Moment der Ohnmacht. Man hat sich als eigenverantwortlich, das waren ja alles Leute, die immer von sich gesagt haben in Interviews, war immer, ja warum soll ich eine Maske nehmen? Ich bin noch gesund, ich ernähre mich gesund. Wir haben uns früher noch über Low-Carb-Ernährung unterhalten, die ich dringend nötig hätte. Aber das waren alles Leute, die waren viel schlanker als ich, die waren tatsächlich gesund aussehende Menschen, die dann mal gesagt haben, warum sollte ich das denn machen? Und die sind dann mal auf die Idee gekommen, dass das Maske-Tragen einen sozialen Hintergrund nämlich von gesellschaftlicher Abhängigkeit hat. Das lag ihnen total fern. Und wir haben das dann erstmal auch als Produkt der fortgeschrittenen Individualisierung gesehen. Wenn Sie sich dann vorstellen, ich habe jetzt vorhin über den Katholizismus gesprochen, die katholische Kirche, aber auch die Protestanten weniger, aber Kirchen wie auch Arbeiterbewegungen, das ist ja auch in Wien immer noch in vielen Institutionen hier zu sehen, Das waren auch immer Entlastungsinstitutionen von individuell erfahrbarem Leid. War der Chef gemein zu einem, hat man den Job verloren, hatte man Probleme mit den Kollegen. Man konnte es immer sehr gut entweder auf den Chef oder das System in einer der anderen Art und Weise in den Milieus der Arbeiterinnenbewegung, in den Kirchenmilieus lenken. Mit aber dieser individualistischen 68er-Revolution gibt es keine Entlastungsinstitutionen mehr, sondern nur eine stark gefühlte Ohnmacht. Und hier kommt dann das Element, die Obsession, dann war das Gefühl daran, da muss doch mehr dahinter stecken. Das hat die Leute sehr, sehr offen gemacht für eine Verschwörungstheorie. Ihnen waren selbst die alten Erklärungen relativ stark verloren gegangen oder es waren wirklich nur noch so extrem verkürzte Elemente. Ja, die NATO, Davos. Also es waren dann noch teilweise so Begriffshäppchen, so Soundbites da. Aber eine Reflexion war nicht mehr möglich, sondern es war nur noch diese Reflexion über die Verschwörungstheorie. Und dieses Element, das haben auch teilweise die Kritiker des Linksliberalismus, nämlich diese Obsession einer Verschwörung der Minderheiten, die jetzt uns alle die Freiheit nehmen will. Sie haben das in einem Gespräch, ich glaube mit Robert Miesig im Bruno-Kreiske-Institut, haben wir das sehr schön beschrieben, dass die Leute dann im Netz sozusagen die Stimme suchen, die ihre Verschwörungserzählung unterstützt, die möglicherweise auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kommen, die sich in sozialen Medien sozusagen in Wirklichkeit, im wissenschaftlichen Diskurs eine krasse Einzelmeinung darstellen, aber dann sozusagen völlig überrepräsentiert werden. Ja, also es gibt einen französischen Soziologen, den ich sehr bewundere, Luc Boltanski, und der hat den Begriff von einem Generalverdacht entwickelt. Und ich finde, dieser Begriff taugt dafür sehr, nämlich was dann entstanden ist, ist dieser Generalverdacht gegen jeden und alles. Und zwar gegen jeden und alles, also gegen die Wissenschaft, gegen die Politik, gegen die Virologen. Und dieser Generalverdacht führt nämlich genau dazu, dass man sagt, da stimmt doch was nicht, da muss doch mehr dahinter stecken. Und dann geht man ins Internet, in diese weiten Welten und da haben Sie völlig recht, da spielt der Medienwandel eine große Rolle. Wenn Sie sich dann das anschauen, das alte Dorf, aus dem ich kam, da gab es dann auch noch, oder die Welt, aus der ich noch auch komme, der Stammtisch. Ich habe mittlerweile eine andere Perspektive auf den Stammtisch. Früher haben wir immer gedacht, das ist Stammtisch-Gerede. Man darf aber auch nicht vergessen, der Stammtisch war auch immer der Ort, wo auch mal ein bisschen Druck abgelassen wurde. Da haben die Leute mitunter rassistisch geschimpft oder übel geschimpft, derbe Witze gerissen. Aber am Ende musste der Wirt auch mal sagen, so, jetzt ist aber Schluss hier. Ihr belastet damit die anderen Gäste oder jetzt seid ihr zu besoffen. Und dann wurde die soziale Ordnung wieder damit hergestellt, indem dann kein Bier und kein Schnaps mehr kam und auch die Kneipe dann mal irgendwann Schluss hatte. Und wenn ich es richtig verstehe, vernetzen sich jetzt die Stammtische global. Es gibt aber keine Wirten mehr, die sagen Schluss jetzt. Genau. Und es gab halt pro Dorf nur drei Stammtische oder drei Kneipen. Jetzt hat die Kneipe immer geöffnet. Und Sie können einfach mit jedem Stammtisch auf der Welt kommunizieren. Das ist immer zu jeder Tages- und Nachtzeit da. Und die kapitalistische Logik der sozialen Medien führt dazu, dass der, der am lautesten am Stammtisch schreit, den anderen Stammtischmitgliedern am besten präsentiert wird. Weil er die meisten Klicks und die längste Verweisdauer, damit ihm das meiste Werbegeld loktiert. Aber es ist nicht nur das am lautesten Schreien, sondern man muss sagen, was wir in den Interviews gesehen haben, sie suchen danach. Also es war wirklich immer so, wenn es einen Konsens gibt, unter den Wissenschaftlern 98 Prozent der Leute sagen zum Beispiel, der Klimawandel ist menschengemacht. Diese Leute, die dieses Potenzial zu diesem Verschwörungsdrift haben, die finden immer genau den einen Wissenschaftler, der sagt, ich bin mir nicht so sicher, ob das menschengemacht ist. Ihr müsst euer Verhalten nicht ändern. Aber das wäre ja mal grundsätzlich von dem, was wir darüber gelernt haben, was Wissenschaft ist, mal kein schlechter Impetus zu sagen, ich suche nach dem schwarzen Schaf, um zu beweisen, dass es nur Weiße gibt. Wo ist sozusagen dieser Moment, wo ich aus einem kritischen Individuum das Widerspruch suche, das Dissens sucht, das auch die dissentigen Opinions lesen will, abdriftet in eine Welt, die nur noch sozusagen den Verschwörer oder den Wahnhaften trifft. Ich bin ja sehr für die, wir nennen das ja immer im Wissenschaftssystem die Heretiker. Also die Heretiker sind sehr wichtig in so einem System, solange sie über die gleiche Welt sprechen. Und da ist der Moment eben ein anderer. Wenn Sie sich Marx und Engels anschauen, Marx und Engels im 19. Jahrhundert hat Marx in der Bibliothek von London so lange gesessen, bis er mehrere Vorunkel in meinem Internat hatte, der hat aber die ganzen bürgerlichen Wissenschaftler bis ins Detail studiert. Der hat sich aber auch Geologie, Mathematik angeschaut. Und für ihn haben die aber immer über die gleiche Welt gesprochen. Er hat nur gesagt, Adam Smith oder David Ricardo, berühmte liberale Ökonomen, er hat teilweise sogar ihre Theorien übernommen. Er hat nur gesagt, aber eure Theorien, die sind nicht konsequent genug. Und da begeht ja ein Fehler. Aber im Grunde hat er immer in einem Dialog mit ihm gestanden. Und der Schritt bei ihm, oder was jetzt heute passiert ist, ist nicht, dass Leute sagen, wir müssen nach der Stimme zum Beispiel suchen, die sagt, vielleicht ist das gar nicht ganz so schlimm. Und ich würde sagen, zumindest für Deutschland waren diese Stimme auch Teile des normalen Diskurses. Da gab es zum Beispiel Hendrik Streeck als Virologen, der immer gesagt hat, wir brauchen nicht diese starken Maßnahmen. Also da gab es auch immer noch im Wissenschaftssystem bestimmte Korrekturmaßnahmen. Ja, aber dann ganz massiv attackiert wurde. Ich erinnere nur an viele Böhmann-Sendungen, wo Streeck sozusagen hingestellt wurde wie ein völlig Verrückter zum Teil. Ja, man muss aber auch sagen, dass dann Hendrik Streeck sich dann hat, und da ist dann das Problem mit der Wissenschaft, was wir vorhin hatten, von der Politik eine Studie hat bezahlen lassen, wo das Ziel der Studie relativ deutlich war. Also der hat dann selbst, sage ich mal, sich selbst so stark, und jeder Wissenschaftler möchte auch gerne in die Öffentlichkeit. Der Christian Drosten war jetzt auch in diesem Sinne nicht harmlos, sozusagen der hatte immer die Position durch die Regierung, die legitimiert war, aber der Streeck wollte dahin und hat dann sehr stark mit der Bild-Zeitung kooperiert, mit einer Agentur sich die Studien bezahlen lassen. Das wurde dann sehr stark, er hat selbst den wissenschaftlichen Pfad so weit verlassen, und das ihm dann ein gewisser Instrumentalismus unterstellt werden konnte. Ich glaube, dass er am Ende immer noch ein seriöser Wissenschaftler war. Aber in den sozialen Medien ist er von dem Milieu, das man halt linksliberal nennen würde, in einer Weise attackiert und angegriffen worden, das ihn eigentlich fertig gemacht hat. Ich habe ihn letztens auch in einer Talkshow gesehen, also richtig fertig gemacht. Ich glaube, er hat irgendwann mal in einer Zeit so ein Streitgespräch gemacht, wo er gesagt hat, er wurde markiert, ich glaube, von Böhmermann, so als Gefahndeter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und gesagt hat, das möchte ich mir eigentlich nicht gefallen lassen. Das war eine sehr aufgeheizte Situation, ich finde das ja auch nicht richtig, aber auf den Corona-Demonstrationen habe ich eigentlich nie den Streeck gesehen, sondern ich habe sehr, sehr viele Bilder von dem Christian Drosten gesehen, wie er ans Kreuz genagelt wurde. Also wenn es jemand in der Pandemie abbekommen hat, dann war es nicht der Streeck, sondern der Drosten. Also wirklich massiv. Also in der Schweiz wurde der Züricher Gesundheitsdirektor entführt. Also die Leute wie der Streeck, die hatten da öffentlichen Druck zu verspüren, der auch unangenehm war. Die Leute, die die Impfung befürwortet haben und da auch eine verantwortliche Position hatten, die mussten teilweise einfach Angst um ihre körperliche Unversehrtheit haben. Das darf man nicht vergessen. Ich will nur einen letzten Punkt. Der Punkt ist halt, man sollte die Außenseiter immer hören. Aber wenn sich 98% der Wissenschaftler relativ vernünftig darüber im Klaren sind, das Wissenschaftssystem funktioniert da dann ganz gut. Und dann jemand sagt, aber einer, und das ist dann häufig der Fall, der sogar fachfremd ist, und sagt, es gab dann Leute, die waren dann nur Mathematiker und haben gesagt, also ich habe mir jetzt diese Studien durchgelesen, das stimmt so nicht mit dem Virus. Das war ein Hamburger Mathematiker. Und so war das häufig der Fall. Da haben dann Leute ihr Reputationskapital, nämlich ihren Professorentitel, in die Waagschale geworfen, obwohl sie selbst nicht kompetent waren und haben gesagt, das stimmt so nicht. Und haben dann dazu beigetragen, dass man gesagt hat, hier findet eine Verschwörung statt. Und wenn man über diese andere Welt redet, da muss ich sagen, da ist dann auch irgendwann das Ende der offenen Diskussion erreicht, weil man da selbst eben zu einem Fake-News-Produzenten wird. Kommen wir ein bisschen in einen sozusagen vorausschauenden Blick. Wie wird es in einer Social-Media-Welt, in einer völlig neu strukturierten Öffentlichkeit für einzelne Bürgerinnen und Bürger möglich sein, zu erkennen, ob ein Social-Media-Account von so einem eitlen Hamburger Professor betrieben wird, der widerspricht, oder ob Galileo Galilei einen Twitter-Account hat, der sagt, sie dreht sich doch. Wie können Medien, wie kann der wissenschaftliche Betrieb, wie kann die Öffentlichkeit in Zukunft reagieren, strukturiert sein, um diese aufgeregte, die gereizte Gesellschaft, sagt Börksen, wo hinzukommen? Wir haben noch drei Minuten für diese Frage, dann gehen wir ins Publikum. Haben Sie ein Rezept? Es tut mir so leid, weil... Mehr Zurückhaltung, mehr Ruhe, mehr Moderation? Ich bin so gerne Soziologe, weil da darf ich mal nur kritisieren und sagen, was andere falsch machen und muss keine Lösung anbieten. Sollen wir Twitter verlassen und Facebook und uns gar nicht mehr in diesen sofortistischen Erregungsräumen aufhalten? Macht uns das in the long run kaputt oder wer nennen wir dort? Also, ich bin mir einfach nicht sicher, was gerade passiert. Also natürlich sehen wir gerade, dass so eine neue rechte Welle auch eine Welle von, und das finde ich wirklich gefährlich, von Indifferenz gegenüber der Wahrheit durch die Politik schlittert. Also das möchte ich jetzt gerade der Chef der CDU oder der deutschen christdemokratischen Volkspartei hat gesagt, die Migranten nehmen den Deutschen die Zahnarztplätze weg. Zähne richten. Ein alter AfD-Topos, der auf einmal von März übernimmt wird. Genau. Und das kann man sehr gut nachschauen, das stimmt einfach nicht. Aber was mich dann wirklich so entsetzt, also dass dann Leute, die für sich einen Anspruch nehmen, bürgerlich zu sein, dass denen so ein Wahrheitsanspruch wirklich egal ist. Die positive Seite ist... Hat es diesen Wahrheitsanspruch je gegeben? Also man spricht ja immer von der postfaktischen Gesellschaft. Ich stelle mir die Frage, wann haben wir je in einer faktischen Gesellschaft gelebt? Also wenn man sich jetzt, es tut mir leid, ich kenne mich mit der österreichischen Politik zu wenig aus. Wenn man sich jetzt so jemanden wie Konrad Adenauer oder Strauß anschaut, die haben es auch nicht so ganz ernst genommen mit der Wahrheit. Aber das ist dann eben der positive Teil. Also ich sage nur, jetzt sehen wir gerade im Moment, wo das funktioniert und wo die Rechten sehr, sehr stark finden sind, wo die Entfremdung mit der liberalen Demokratie so groß ist, dass Leute das glauben wollen. Gleichzeitig sehen wir aber, zumindest für Deutschland, in den USA ist es noch anders, aber wir sehen es in Deutschland so, dass wir im Grunde eine aufgeklärtere, resoniertere Bevölkerung haben, wenn man das Ganze sich anschaut. Wo wir aber eine Radikalisierung an den Rändern haben, vor allen Dingen am rechten Rand. Und diesen Teil droht man für die Demokratie zu verlieren. Aber wenn man sich, sag ich mal, den Durchschnitt der Bevölkerung anschaut, bin ich da gar nicht so pessimistisch. Aber es kann natürlich sein, dass das alles medial so aufgehitzt wird, dass da dann auch noch mal bald die Herdplatten anfangen zu brennen. Das kann ich nicht sagen. Publizist Sascha Lobo hat jetzt kürzlich in seinem neuen Buch eine Studie zitiert, dass 40 Prozent der deutschen Bevölkerung davon ausgehen, dass sie von den öffentlich-rechtlichen Medien nicht nur falsch informiert, sondern absichtlich manipuliert werden. Gibt Ihnen das, stützt das Ihre These? 40 Prozent, fast jeder zweite Deutsche, glaubt, von öffentlich-rechtlichen Medien manipuliert zu werden? Ja, ich meine, wenn man dann immer Wetten, dass und Schlager vorgesetzt bekommt, das würde mich dann auch dann mal stressen. Aber die meisten Sachen sind doch relativ gut. Also das ist auch eben ein Diskurs, der gerade stattfindet, dass man sagt, den Medien darf man nicht mehr trauen. Also ich traue mir gerade nicht zu, eine Perspektive da zu geben. Es tut mir leid, dass ich da so vage bleiben muss. Meine Sorge wäre, dass sich die politische Rechte, die Rechtsextremen, ihre eigene Medienwelt gerade schafft. Macht Ihnen das nicht Sorge? Doch, natürlich macht mir das Sorge. Aber wenn Frau Weisel nach Österreich in den Besuch kommt und mit Kickl ein Interview gibt, dann macht er das ganz bewusst nicht. Aber wenn ich mir Julian Reichels Kanal Nios anschaue, da denke ich mir, das ist wirklich so jenseitig und so blöd. Also ich meine, der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hat in Deutschland gerade geschrieben, im sozialistischen Deutschland hassen alle Intellektuellen die Nationen. Und dann denke ich mal so, wie verrückt muss man gerade sein, um sowas zu twittern, aber auch, um so etwas zu glauben, dass man denkt, man lebe gerade im sozialistischen Deutschland. Also wenn wir wenigstens in der Nähe davon wären, aber es geht doch in die absolut andere Richtung. Es gibt eine neue Form von Austerität, die Ungleichheit ist gestiegen. Es hat nichts mit der Austerität zu tun. Und das ist, sag ich mal, eher das Element. Wir stürzen uns jetzt alle da drauf, auf diesen Maßen und die Verrücktheit, die sowohl beim Sender als auch bei den willentlichen Empfängern sind. Ich würde immer sagen, vielleicht sollten wir einfach eher dahin schauen, dass wir in Deutschland die größte Streikbewegung seit 20 Jahren in den Krankenhäusern haben, wo sich die Beschäftigten in eigenen Telegram-Channels ganz gut organisieren, wo wir im Grunde einen sehr starken Bewegungszyklus haben von jungen Leuten und ein bisschen, sag ich mal, die Perspektive wenden. Und da bin ich gar nicht so pessimistisch, wenn ich mir anschaue, dass in Deutschland, ich meine, wir haben jetzt 30 Jahre lang haben die Gewerkschaft Mitglieder verloren. Verdi hat dieses Jahr 140.000 Mitglieder dazu gewonnen. Das sind so viele Einwohner, wie Basel hat. Etwas weniger. Da würde ich sagen, es scheint ja nicht so, dass alle Menschen gerade über die Medien so verrückt werden, sondern ein paar bleiben doch bei klarem Verstand oder gewinnen sogar dazu. Zumindest ein Gewerkschaftsbeitritt ist ja ein Beispiel dafür. Das ist eine sehr schöne, optimistische Schlussbemerkung und ich würde jetzt gerne Ihnen die Möglichkeit geben, in den nächsten 10 Minuten, 15 Minuten ein paar Fragen zu stellen. Ich würde Sie bitten, keine Co-Referate zu halten, weil die anderen Leute lieber den Herrn Professor Nachtweil hören. Wer ein Co-Referat hält, muss sich dann einen Falter abnehmen. Gibt es eine Frage? Trauen Sie sich. Widersprechen Sie uns. Keine Frage, das glaube ich gar nicht. Haben wir alles beantwortet? Ja, bitte. Wenn es sein muss unbedingt. Und Herr Nachtweil, erst einmal vielen Dank. Wir haben jetzt sehr viel über individuelle Akteure oder sagen wir nicht formalisierte Gemeinschaften von Agenten, von auch Ideologien gehört. und relativ wenig über den Staat. Also hat der Staat, was ist der Staat in diesem Zusammenhang für Sie? Der hat ja nicht nur einen Platz, sondern verschiedene Plätze und ich habe Ihre Studien nicht gelesen. Da würde mich interessieren, ob Sie dazu etwas kurz vortragen könnten. Bitte. Ja, gute und wichtige Frage. Also, meine Studie ging darüber, oder geht darüber, wie Menschen Kritik am Staat üben, aber in dieser Kritik eben einen Drift erfahren, der aus meiner Sicht dann nicht mehr wirklich progressiv ist. Und deshalb nenne ich sozusagen das libertären Autoritarismus. Man müsste aber, also, ich habe aber nur darüber ein Buch geschrieben, eigentlich hätte ich, sage ich mal, noch ein zweites Buch dazu schreiben sollen oder müssen, über den liberalen Autoritarismus. Nämlich, was der Staat eigentlich die letzten 20 Jahre mit uns macht und warum so viele Leute auch so ein bisschen diese Staatskritik haben. Also, in Deutschland, ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber die Kurzform ist, in Deutschland Austerität. Der Staat sagt immer, wir haben kein Geld da. Und damit wurden immer Sozialprogramme abgeschafft, Schwimmbäder geschlossen, versuchen Sie nicht, in Deutschland Bahn zu fahren. Aber als dann 2008, nach der Finanzkrise, die Deutsche Bank kein Geld hatte, da ist dann der Finanzminister aufgestanden und gesagt, ja klar, haben wir Geld, wie viel braucht ihr? Als 2015, als die Flüchtlingskrise in Deutschland war und ich sage, ich finde das vom Inhalt her völlig richtig, aber vorher gab es auch eine Phase der Austerität, wo der Staat politisch konstruiert hat, es ist kein Geld da, wir müssen sparen, war dann auch wieder Geld da. Genau das Gleiche bei der Corona-Pandemie. Olaf Scholz, der jetzige Kanzler, vorher Finanzminister, hat gesagt, schwarze Null, wir sparen. Dann kam Corona und dann hat er gesagt, nicht mehr schwarze Null, sondern gleich militärische Metapher, ich hole die Bazooka raus. Und immer wieder erfahren die Bürger, dass etwas als natürlicher Sachzwang präsentiert wird, was dann sich als politisch konstruiert herausstellt. Da muss man natürlich sagen, kein Wunder, dass die Leute irgendwann an Verschwörungstheorien glauben. Das hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, sondern es hat viel mit Neoliberalismus oder im Wesentlichen etwas damit zu tun, aber dass der Staat als etwas unehrlich erscheint, ja. Und dann gibt es die andere Dimension, der liberale Paternalismus. Das war am Anfang davon, nämlich, wie sollen wir essen? Und bei Angela Merkel gab es sozusagen ein Unit im Kanzleramt, eine Division, die hat sich immer darüber Gedanken, das nennt sich dann Nudging. Und Nudging heißt dann zum Beispiel, bei mir wäre es nicht schlecht, aber im Grunde ist es auch total nervig, an allen Cafeterien zu sagen, bitte packt die Schokorügel nach unten und auf die Höhe der Arme sollen dann die Äpfel und die Birnen kommen. Packt auf die Zigarettenpackungen furchterregende Krebsbilder oder so etwas. Und das war immer eine Form von die Leute etwas zu bevormunden. Und so hat sich der liberale Staat tatsächlich verändert in den letzten Jahren und ich glaube, dass es Teil kommt der Rechtspopulist herein und nimmt die Schokolade und legt sie wieder nach oben und sagt, das schmeckt euch doch besser. Ja, und er sagt dann auch, das schmeckt euch besser und das ist meine Freiheit. Früher konnte ich immer so viel Schokolade essen, wie ich will oder so. Dann wird ja auch meine andere, dass es dann früher gar nicht so viel Schokolade gegeben hat, das ist total egal. Das funktioniert immer nur über die Erklärung und eine Verklärung einer Gesellschaft, die es nie gab. Bitteschön. Ja, danke. Meine Fragen richten sich an das Umfeld, das Politische des Linksliberalismus. Es ist ja nicht eine Weltanschauung, die im Vakuum existiert. Es gibt auch ein Umfeld und mir kommt doch vor den letzten Jahren, also mit Covid-19, mit Trump, mit Putin etc., gibt es doch Herausforderungen, die uns dazu zwingen, wenn wir das bewältigen wollen, unsere Ansichten, unsere Einstellungen, unsere Reaktionen oft zu verändern. Wir können nicht weiterleben wie bisher. Das hat doch, glaube ich, auch einen Einfluss. Und darauf, dazu noch, gibt es doch nicht bei Kleinigkeiten, aber bei großen Themen vielleicht Faktoren, sprich Putin, dass eine gewisse Zerstrittenheit der westlichen Welt gefördert wird. Also zum Beispiel, ich habe gelesen, das kann falsch sein, aber soweit ich weiß, hat es geheißen, dass diese Flacherdenleute, also diese Flat Earther, gefördert werden, unter anderem von Russland, weil sie einfach einen völligen Wahnsinn behaupten und die Zerstrittenheit fördern. Keiner wird annehmen, dass das je bleibt, dass Ideologie, dass die Erde wirklich flach ist, aber es fördert einfach einen Hickhack und lähmt andere vernünftige Entscheidungen. Danke. Es tut mir total leid, ich konnte es akustisch nicht verstehen. Entschuldigung. War das? Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz die Frage formulieren können. Es ist leider so, dass wir die Monitore haben, sehr schwer verstehen. Ich fasse mich ganz kurz. Erster Punkt, Linksteberalismus ist in einem Umfeld und das Umfeld spielt, glaube ich, auch eine Rolle, weil es sehr anders ist, also die letzten fünf Jahre sind doch sehr verschieden mit Covid-19, mit Trump, mit Putin jetzt, als die 10, 20 Jahre davor. Also wir müssen, glaube ich, öfter unsere Meinungen anpassen. Wir müssen uns Herausforderungen stellen, die in dieser Form in Europa nicht so notwendig waren. War das jetzt verständlicher? Und das Zweite ist, nur ganz kurz, es gibt, glaube ich, auch Protagonisten, zum Beispiel in Russland, die die Zerstrittenheit der westlichen Welt den Hickhack fördern wollen. Also die Interesse daran haben, dass wir uns zu streiten über Details und die wichtigen großen Themen nicht gut bearbeiten können. Die Profiteure dieses Konflikts. Ja, also ich sage mal, da sind wir natürlich bei dem Linksliberalismus bei dem immanenten Problem. Also ich meine, die Kurzform des Problems beim Linksliberalismus ist ja, dass sie, das Element, was der Linksliberalismus in den 70er Jahren noch hatte. Also die FDP war in den 70er Jahren, man denkt es heute gar nicht, wenn man an Christian Lindner denkt, tatsächlich ein bisschen Kapitalismus oder zumindest Marktkritisch, nicht Kapitalismuskritisch, das nicht, aber sie war marktkritisch und sie war für ein soziales Element. Was durch den Neoliberalismus passiert ist, ist, dass der Linksliberalismus am Ende nur noch auf den Diversity-Themen geblieben ist und die Klassenthemen im Grunde völlig abgestreift hat. Das ist das, was wir dann am Ende bei Hillary Clinton gesehen haben. Was der Linksliberalismus auch sehr stark abgestreift hat, ist eben jetzt durch den veränderten Kontext, den Sie zu Recht sagen, ist zum Beispiel das alte friedenspolitische Motiv. Gerade aus den Grünen kamen ja sehr viele aus der Ostermarschbewegung, aus der Friedensbewegung und wenn man sich jetzt dann die bestimmte Akteure dann anschaut, haben sie in einer neuen Konstellation, sind sie von einer Bewegung, die im Kern gesagt hat, Russland ist unser Freund, die NATO ist das Böse zu einem Akteur geworden, der jetzt genau das Gegenteil sagt. Und hier fehlt auch wieder dem Linksliberalismus, dass er eben eine wahnsinnig normative Theorie ist, der immer nur sagt, das ist das Gute und das ist das Schlechte und das ist so etwas wie eine Imperialismusanalyse nicht so richtig hatte, also geopolitische Staatenkonkurrenz, dann kann man auch mal sehen, was macht denn Russland da, wie sind da verschiedene Interessen miteinander verwoben, also das ist immer ein bisschen stark die Theorie der gebildeten Mittelklassen, die dann sich aber wundert, dass zum Beispiel der globale Süden auf Putins Seite nach wie vor steht. Dafür gibt es, wenn man sich die Weltgeschichte der letzten 20 oder eher 50 Jahre anschaut, zumindest ein paar historische Gründe, die man sich anschauen könnte und das ist, sage ich mal, das Problem des Linksliberalismus, dass er immer ein bisschen nicht über sein eigenes Milieu und die Interessen seiner eigenen Milieus so herausschauen kann, also das ist, sage ich mal, dieses Bioladenproblem, was die einfach haben, dass sie einfach nicht verstehen können, dass andere Leute nicht im Bioladen einkaufen können. Gibt es noch eine Frage? Bitte, ja. Do you think that we can expect non-EU citizen movement anytime soon and what would be the point of coming together of different identity minority groups in your opinion? Also wenn ich jetzt die Frage richtig verstanden habe, ist es zumindest so, dass wir ja jetzt gerade zumindest global gesehen durchaus sehr interessante Bewegungen sehen von Black Lives Matter bis zu einem neuen Feminismus und die auch jeweils sehr stark identitätspolitisch aufgeladen sind, aber gerade in den USA entstehen auch eben neue Strömungen, die so etwas wie Black Lives Matter auch nochmal viel stärker materialisieren und das eben auch in den sozioökonomischen Kontext hineinsetzen. Wenn Sie sich in Deutschland das anschauen, dann streikt jetzt nächstes Jahr Verdi zusammen mit Fridays for Futures. Das ist nicht ganz die exakte Antwort auf Ihre Frage, aber ich sehe zumindest eine gewisse Konvergenz verschiedener Bewegungen, die erst mal ein sehr, sehr ungerechtes System als Ganzes adressiert und in diesen Bewegungen ist dann eben auch die Flüchtlingsfrage immer ein großes Thema. Man muss immer sagen, dass der Linksliberalismus jetzt, zumindest in Deutschland, hat man ja gesagt, ja, wir brauchen diese Militarisierung der Außengrenzen, da ist man dann doch sehr stark in der Realpolitik verankert. Danke für den Vortrag, ich wollte fragen, Sie haben vorhin Investmentpakete des deutschen Staates angesprochen, wie in der Subprime Krise und 2015 mit den Flüchtlingen. Meine Frage ist, wo ordnen Sie den zwölfstelligen Investmentpakete des deutschen Staates in den Ukraine-Krieg zu, also ist das auch irgendwo, dass man sagt, auf einmal sind 100 Milliarden Euro da, die man in den Osten schickt, um einen Krieg zu fördern, oder ist das anders zu begründen? Zu fördern? Also sagen, es folgt dieser Logik, dass man vorher gesagt hat, wir müssen sparen und dann ist plötzlich ein Sondervermögen da. Jetzt ganz unabhängig davon, wie ich jetzt persönlich sagen, diese Unterstützung des Krieges bewerten würde oder nicht, das wäre jetzt auch gar nicht das Thema dieser Diskussion. Der Kernpunkt ist immer, dass jeweils dann, wenn die Regierung es für nötig hält, sehr große Investitionen möglich sind oder Sondervermögen, jetzt zum Beispiel auch für den Ukraine-Krieg, dass aber aus irgendwelchen Gründen nie Sondervermögen für die Schwimmbäder da sind, nie die Sondervermögen für die Schulen, für das Bahnnetz da sind, also das heißt, für die Infrastruktur, man darf nicht vergessen, Infrastruktur ist im Grunde das, also, deshalb, immer wenn ich mit den Kollegen der Linkspartei spreche, sagen die mal, ja, wir müssen mehr Verteilung machen und ich sage immer, ja, Verteilung ist natürlich zentral, aber das wichtigste Element auch für die Arbeiterinnenklasse ist eine vernünftige Infrastruktur, die Partys also sagen, ins Schwimmbad zu gehen, am öffentlichen Leben teilnehmen zu können, gute Schulen für die Kinder zu haben, das ist Klassenpolitik, aber das ist der Kern, das findet eben nie statt, aber für den Ukraine-Krieg gab es dann wieder sehr, sehr viel Geld. Dafür haben wir jetzt eine neue Runde der Austerität, wie Christian Lennetz angekündigt hat und die Goethe-Institute werden gestrichen, die politisch, auch interessant, man macht sich mal sehr viel Sorgen über die Spaltung, was macht man? Man reduziert die Ausgaben für politische Bildung in Deutschland und denke ich mal so, welche Drogen nehmt ihr eigentlich? Weil das kann man eigentlich nicht mehr rational begründen. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Oh je. Wir steigen jetzt nicht mehr in die Debatte ein, ob Deutschland den Krieg in der Ukraine fördert oder im Gegenteil der Krieg in der Ukraine damit beendet werden soll. Ich danke Ihnen fürs Kommen. Wir haben draußen einen Büchertisch, wenn ich das richtig gesehen habe, wo Professor Nachtwey, ich weiß nicht, ob Sie auch Bücher signieren würden. Wenn ich muss. Wenn er muss. Sie können sich jetzt schon Weihnachtsgeschenke besorgen und ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Zwei Veranstaltungshinweise noch. Morgen findet ein Gespräch mit Julia Ebner statt, Extremismusforscherin, das meine Falter-Kollegin Tessa Schischkowicz moderieren wird. Wenn Sie Julia Ebner schon gesehen haben, dann kommen Sie vielleicht in den Startsaal, da findet die Falter Arena statt, der erste öffentliche, aufgenommene Podcast zum Thema Lügenpresse, zum Thema Vertrauensverlust in die Medien, wo der berühmte deutsche Medienkritiker Stefan Niggemeier zu Gast sein wird, gemeinsam mit dem Einkommen Martin Thür und NZZ-Redakteurin Merit Baumann. Sie sind herzlich eingeladen, dort hinzukommen. Morgen um 11 Uhr, entweder hier bei Julia Ebner oder im Startsaal. Danke fürs Kommen. Danke Ihnen.